Die passenden Lernenden für eine nachhaltige Zukunft. Das wünschen sich doch alle Lehrbetriebe und Branche in der Schweiz. Doch jedes Jahr gibt es tausende umsetzte Lehrstellen. Wie man junge Menschen für eine Lehrstelle begeistern kann, das weiss Domenico Mauch. Seit zehn Jahren macht sie alles für den perfekten Match zwischen Lehrbetrieb und Jugendlichen. Ich bin Marc Furchert und das ist die 24. Folge von Inside Berufsbildung. Hallo Domenico, schön bist du da. Hallo Marc, danke vielmals für die Einladung. Wir wollen ja heute zusammen darüber reden, wie man junge Menschen begeistern kann. Ich möchte aber zuerst wissen von dir, wer du bist und vor allem, was dich begeistert. Ich bin Domenico Mauch, wie du schon gesagt hast. Ich bin Geschäftsführerin von justi.ch, seit zehn Jahren bei justi. Ich habe aber angefangen mit dem Lehrersemi, habe dann weitergestudiert, Publizisierung und Kommunikation. Und bin jetzt seit zehn Jahren an der Art, in der ich sein möchte. Dort, wo ich das verbinde und unterstütze von Jugendlichen mit super Inhalten, mit passenden Informationen. Man sagt ja gerade bei der jüngeren Generation, dass zehn oder vielleicht auch 15 Jahre an einem Ort eher immer schwieriger oder selten ist. Aber was hat dich denn so begeistert, dass du immer gesagt hast, ich habe die Motivation, um jetzt auch schon zehn Jahre am gleichen Ort zu sein? Zum einen das Umfeld. Ich wurde immer unterstützt, gefördert, habe mich weiterentwickeln, neue Herausforderungen annehmen. Und so ist Justeam immer mehr gewachsen. Wir sind sozusagen von einem Start-up zu einem unterdessen kein Mover mit knapp 60 Mitarbeitenden. Darauf bin ich enorm stolz. Und ja, ich glaube, das ist es, was mich immer auch behalten hat. So die neuen Möglichkeiten, vor allem aber eben auch das Team. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Wenn wir ein bisschen zurückgehen jetzt am Anfang von diesen zehn Jahren oder noch ein bisschen vor diesen zehn Jahren, du hast schon das Lehrer-Semi angesprochen. Für dich ist ja, du schaffst jetzt in dem Bereich Berufsbildung und Berufswahl, Berufsorientierung, ist ja für dich trotzdem irgendwann auch mal ein Thema gewesen. Wie hast du die Zeit erlebt? Genau, ich habe auch bei den Augen schnuppern, in der zweiten Oberstufe, noch in der dritten Oberstufe. Ich habe eine Mediamatik-Schnuppern gehabt. Das war dort dann auch ganz, ganz ein frischer, neuer Beruf. Und es war für mich eine enorm spannende Erfahrung. Ich habe aber schon seit der fünften Klasse eigentlich gewusst, dass ich Lehrerin werden möchte. Ich war darum auch schon immer klar, dass ich den Weg möchte gehen. Ich habe aber trotzdem die ganze Phase spannend gefunden. Und wir gingen auch an die Oberstufe und dort habe ich mich aber dann vor allem auch für zum Beispiel Zwischenjahre Inhalte interessiert, wie Sprachaufenthalt etc. Ich habe aber die Vielfalt, die es gegeben hat, hat mich beeindruckt. Das habe ich spannend gefunden. Ich bin aber gleich dann der Weg, den ich schon früher in meinem Kopf hatte, gegangen. Und man sagt ja gerade auch bei den Jugendlichen heute, dass sie oftmals so viele Möglichkeiten haben und gar nicht wissen, was soll ich jetzt machen oder so viele Entscheidungen treffen müssen. Würdest du sagen, wenn du zurückschaut hast, und ich denke, du hast ja auch schon sehr viele Optionen gehabt, bist du eher jemanden, der da zielgerichtet war, und dann habe ich von Anfang an gewusst, dass ich in diese Richtung eigentlich gehen möchte. Für den Moment zumindest. Nachher ist es auch anders gekommen. Ja, genau. Also man kann auch sagen, ich bin sehr beeinflusst von meinen Eltern. Wie man ja oft auch in der Studie zum Beispiel gehört. Ich würde aber nicht sagen, dass meine Eltern mich sozusagen treiben haben. Ich müsste das Lehrer-Semi machen. Im Gegenteil. Meine Mutter ist Lehrerin, was mich schon immer fasziniert hat. Mein Vater kommt sozusagen aus der Kommunikationsbranche, also sozusagen der Arbeit, das, die ich dann am Schluss auch eingeschlagen habe. Ich glaube, man wird schon sehr auch vom Umfeld inspiriert und prägt. Und ich habe das Beide schon immer faszinierend gefunden. Man ist halt mit dem auch immer im Alltag in Kontakt, wird mit dem gross. Und ja, das sind dann auch so die Gründe gewesen, wieso, dass ich mich wahrscheinlich auch für die beiden Bereiche sehr interessiert habe und dann den Weg habe ich einschlagen wollte. Natürlich auch durch Unterstützung von meinen Eltern. Und wenn ich jetzt so ein bisschen anschaue, ich meine, du hast ja dort direkt dann mit jungen Menschen auch gearbeitet und sie begleitet. Vielleicht jetzt von der Anzahl her ein bisschen weniger, weil ich jetzt denke, in deinem jetzigen Job kannst du ja sehr vielen in der ganzen Schweiz helfen. Aber was hat dich dann auch dazu bewegt, von diesem persönlichen Mann, hat dir irgendwann auch Spass gemacht, nachher gleich zu sagen, hey, ich möchte in eine andere Richtung. Und irgendwann hast du dann auch deine, ich sage jetzt, Karriere bei Justi gestartet. Ja, ich habe immer auch als Lehrpersonen gearbeitet während des Studiums zum Beispiel. Ich war einfach sehr jung, sage ich jetzt mal, so nach dem Lehrersemi. Ich habe vor allem aber auch gesehen, wie die Jungen, ich habe in der 60 Klasse gehabt, wie die prägt und gestört werden von den Eltern. Und das hat mich dazumal sehr unter Druck gesetzt. Es kam mit 20 und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte noch weitergehen, ich möchte noch etwas anderes sehen, ich möchte noch, ja, die Kommunikation interessiert mich noch. Und ich habe noch parallel Politik und Geografie gestudiert. Also generell Menschen und die Umwelt sind etwas, was mich enorm interessiert tun. Und ja, ich bin sozusagen dann dieser Leidenschaft noch nachgegangen. Ich habe dann bei Gebäudehülle Schweiz an einem Verband, bin ich dann während des Studiums sozusagen reichert und habe dort im Bereich Nachwuchsmarketing geholfen, unterstützt, auch zumal es noch Facebook aufgebaut. Das ist ja doch schon länger her natürlich. Und bin so wirklich in Kontakt gekommen mit dieser Berufswelt, habe so auch Justi kennengelernt und mich dann bei Justi bewahrbar, wo man stellfrei geworden ist. Was ist vielleicht dort auch noch anders gewesen? Ich meine, du hast jetzt auch noch Facebook angesprochen, das wäre jetzt bei den Jugendlichen kein Thema mehr, aber das ist ja auch das ganze Nachwuchsmarketing noch ein bisschen an einem anderen Ort gewesen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt zurückschaut, ist dort vielleicht auch der Fachkräftemang noch weniger ein Thema gewesen? Oder ist das für eine Zeit so gewesen? Ja gut, das war vor 13 Jahren. Ich würde nicht sagen, es war anders gewesen. Dort, wo ich angefangen habe, mit dem Team zu arbeiten, war es schon immer, dass wir die Sprache der Jugendlichen sprechen müssen. Wir müssen versuchen, die Jugendlichen zu erreichen. Es hat immer weniger Jugendliche, die den Beruf kennen. Man hat dort gerade noch einen Namen wechselt. Es hat Polybauer eingeheissen. Und ja, es war so ein bisschen auch eine Findung gewesen. Und ich glaube, das ist das, was heutzutage schon auch immer noch ist. So ein bisschen, hey, wie bringt man den Beruf oder das Wissen, das es den Beruf überhaupt gibt oder dass das eine Lehre ist, wie kann man das den Jugendlichen näher bringen? Wie kann man das den Jugendlichen aufzeigen, was die Möglichkeiten sind, was die Chancen sind, was man überhaupt macht in dem Beruf? Und das hat mich dort schon fasziniert, hat mich dort schon spannend gefunden, dass man dort auch so auf die Kanäle gesetzt hat, wo die Jugendlichen dazumal waren. Und ja, ich bin fest überzeugt, dass wenn man sich darauf einlädt, auf die Jugendlichen und so auch etwas entstehen lässt, wo die Jugendlichen fesselt, dass man dann sicher schon mal auf einem richtigen Weg ist. Und auf deinem Weg jetzt nochmal bei Youstu, hast du von Anfang an gedacht, hey, ich könnte da auch zehn Jahre wirklich arbeiten? Oder hast du gedacht, ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen und ich kann ja irgendwann auch wieder zurück zum Lehrerberuf? Das ist kein Problem. Ja, gute Frage. Im Studium hat man immer gesagt, du musst alle drei Jahre den Job wechseln. Und ich habe dort schon gefunden, K.H.U. ist ja schon ein tougher, du musst ja immer wieder neu frisch bewerben, etc. Ich habe dann, wo ich bei Youstu angefangen habe, ich hatte als Praktikantin angefangen, ein Jahr lang. Und ich habe dann eben die Chance bekommen, sozusagen dürfen zu bleiben, weiterzuentwickeln. Wir waren dort noch neun Personen. Ich war sozusagen allrounder, ich bin überall eingesetzt worden, habe mich aber immer mehr spezialisieren und weiterbilden. Ja, irgendwie diese Chancen, die Möglichkeiten hat mich dann vollkommen davon abgetrieben, auch nach drei Jahren hinzugehen. Ich habe wirklich immer so extrem gefördert worden, dass ich so viel Freude hatte, die Sinnhaftigkeit, die wir machen, ich glaube, das ist etwas, das mich auch dazu verleitet hat, bei Justi zu bleiben, sage ich jetzt mal. Wo ich jetzt auch unbedingt möchte, dass wir es im Team weiter auch leben können, dass wir uns selber weiterentwickeln können und dass wir vor allem auch das, was wir erleben, dass die anderen auch im Job erleben können. Du hast gesagt, Praktikum, ich meine, du hast eben vorher gestudiert, das hast eigentlich einen rechten Ausweis gehabt und trotzdem hast du gesagt, hey, ich bin auch bereit, nochmal anzufangen und einfach zu lernen. Absolut, ich meine, ich habe Berufsbildungen, die Sie überhaupt nicht kennen, ich habe gut drei Monate gebraucht, bis ich das Berufsbildungssystem in der Schweiz einigermassen verstanden hatte und ich glaube, ein Einstieg mit dem Praktikum ist für mich absolut das Richtige gewesen. Ich habe viele Skills, die ich in der Theorie kennengelernt hatte, noch nie angewendet, so richtig im Alltag. Ich habe aber auch Einblicke bekommen in der Kundenbetreuung, sage ich jetzt mal, oder in der Kundenberatung und das sind vollkommen neue Bereiche gewesen und das habe ich vorne nicht können und da habe ich wirklich die Chance bekommen, zum Eintauchen und auch im Praktikum können die Skills aufbauen und jetzt über die verschiedensten Jahre auch weiterentwickeln und sozusagen auch meine Passion finden. Und glaubst du auch jetzt nochmal zu der jungen Generation, wo ihr bei euch das Thema ist, wie können wir die begeistern? Glaubst du, gerade Gen Z oder Gen Alpha, wo bald in den ersten Markt kommt, sind die Jugendlichen auch noch bereit, sage ich mal, vielleicht auch für wenige Geld zu arbeiten oder mal zu starten? Oder ist halt einfach aufgrund vom Arbeitsmarkt, kann man sagen, hey, man kann in Lohnverhandlungen gehen und einfach auch mehr fordern? Oder was ist da deine Überzeugung auch? Also ich denke, dass man nicht einfach die Generationen generell in eine Schublade kann eintun und sagen, die machen das nicht und die machen das. Ich glaube, wenn eine Firma die Chance aufzeigen kann, die Möglichkeiten und auch, wie man sich weiterentwickeln in dem Praktikum oder in dem Traineeship, dann ist das viel mehr wert als irgendwelches Geld. Und ich habe das selber auch gesehen, ich konnte so viel lernen, was ich vorher niemals gedacht habe. Und wenn man das dann auch gerade erwähnen kann, dass es so richtig on the job, dann ist das enorm viel wert. Und ich glaube, wir kommen ja nachher zum ganzen Markt, aber ich glaube, es gibt ja gerade in der Schweiz so viele spannende Branchen, innovative Branchen, die ja eigentlich genau das bieten oder on the job, wo man mit einer Lehre starten, on the job weiterarbeiten. Und dein Weg ist jetzt gewesen, von der Praktikantin zur Geschäftsführerin, kann man wirklich klar so sagen. Hat es aber jetzt in diesen zehn Jahren auch eine Phase gegeben, wo du mal gesagt hast, hey, vielleicht bin ich falsch ort oder es hat tiefes Gehen in mich an oder wie kann man das zusammenfassen? Ja, ich glaube, das ist ganz normal, dass man sich selber immer wieder hinterfragt, dass man unsicher ist, dass man sagt, hey, habe ich überhaupt die Fähigkeiten und das habe ich stetig, also das habe ich auch jetzt immer wieder. Kann ich wirklich auch die Menschen, die mich um mich weiterentwickeln, sie haben es Freude bei dem, was sie machen? Ist es für sie auch so ein perfect match wie für mich? Was muss ich machen, damit es so wird, damit sie sich gut fühlen, damit sie sich weiterentwickeln können und das sind, ja, ich glaube, das sind so Unsicherheiten, die man hat. Das ist aber auch, ich glaube, ganz natürlich, dass man immer mal wieder sich hinterfragt tut und, aber sich auch durch das möchte weiterentwickeln oder durch das auch offen ist, um zum Beispiel jetzt auch unser Team weiterentwickeln zu können. Und hat dich das immer auch ein bisschen getrieben, dass du anderen helfen oder andere entwickeln kannst, aber auch gleichzeitig dich selber natürlich? Absolut, absolut genau. Und ich muss auch schon sagen, ich glaube, hätte ich nicht so einen Mentor wie jetzt der Urs an unserer Seite oder an meiner Seite vor allem auch, wäre das auch überhaupt nicht möglich. Also ich glaube, vor allem das Umfeld, das man hat, ist Ausschlaggebend, die Leute, die einen auf dem Weg begleiten und fördern und fordern. Das ist enorm wichtig. Wir haben ja auch mit dem Urs bereits einen Podcast voll gehabt, unter anderem zum Thema Fachkräftemangel, lohnt es sich sicher, dort auch hineinzulassen. Ich glaube dann, auch wenn man ihn noch ein bisschen besser versteht, kann man sicher auch dich noch ein bisschen besser verstehen oder umgekehrt. Und ja, ich würde aber sagen, ich glaube, dein Weg ist ein mega gutes Beispiel und darum möchte ich eigentlich jetzt auch zum Lehrstellenmarkt kommen, wo ja nicht immer ganz einfach ist und wo es, glaube ich, auch wichtig ist, dass man gute Geschichten erzählen kann. Weil eben, ich habe es schon in meinem Intro gesagt, wir haben irgendwann auch ein Problem, oder wir haben jetzt eigentlich konstant über die letzten Jahre immer rund 10% unbesetzte Lehrstellen gehabt. Das sind wirklich, je nachdem, 8.000 bis 11.000 Lehrstellen jährlich gewesen, die einfach nicht besetzt wurden. Das heisst, die Arbeit wäre da, die Nachfrage. Und vielleicht darum auch die Frage an dich, du kennst ja den Lehrstellenmarkt bestens, du bist täglich dort unterwegs. Würdest du sagen, die Gesamtsituation ist problematisch oder ist bedenklich inzwischen? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass grundsätzlich der Markt relativ stabil ist. Klar, es hat viele offene Lehrstellen und das ist enorm schade. Man muss aber schon sagen, es sind doch noch viele Lehrstellen, die absetzt werden, auch wenn man immer wieder hört, dass man das Problem von diesen Lehrstellen sozusagen hat. Und ich glaube, das Hauptproblem da ist vor allem die Passung, die Passung von einem Jugendlichen zum Lehrberuf, aber vor allem auch die Passung von den Jugendlichen zu einer Firma. Und ich glaube, wir müssen vor allem in diesen Bereich eingehen. Es sind häufig auch Lehrstellen bleiben offen, die die Jugendlichen vielleicht gerade nicht interessieren oder die sie zu wenig kennen, die in Regionen sind, die abgeschnitten sind oder wo man nicht so gut hinkommt. Und ich glaube, das ist durchaus normal, dass man da eine gewisse hohe Zahl hat, wo dann die Lehrstellen auch umgesetzt bleiben. Du hast ja jetzt gesagt, der Lehrstellermarkt an sich ist stabil oder ich denke auch die Wirtschaft, die Branchen sind irgendwie stabil. haben wir ja in Corona gesehen. Was aber gleich, du sprichst jetzt Passung und vielleicht auch nochmal darum die Frage, ist es nicht auch bedenklich, wir haben jetzt zum Beispiel die Zahlen innerhalb von fünf Jahren, wir sehen auf Justi, die Jugendlichen haben sich beworben und wir sehen, wie viele Prüfe sie sich beworben haben. Und wenn man jetzt 2017 vergleicht und 2017 sind es zweieinhalb verschiedene Prüfe gewesen im Durchschnitt, jetzt sind es noch eineinhalb und ich meine, schon zweieinhalb war mega wenig, aber es heisst eigentlich im Durchschnitt aktuell für eineinhalb Prüfe bewerben zu sich, das heisst, sie entweder kennen es einfach fast keinen Prüf oder es gibt fast keinen Prüf, der sie interessiert, obwohl wir so eine breite Landschaft haben und ich glaube, eben das führt dann auch zur Frustration bei den Jugendlichen, wenn sie nicht herkommen, 50 Mal sich bewerben, aber gleichzeitig auch bei den Firmen, wenn sie unbrauchbare Bewerbungen haben, ist ja eigentlich schon irgendwie ein Missstand aktuell. Ja, du sprichst schon ein sehr wichtiges Thema, Jugendliche haben heutzutage nicht mehr so oft einen Plan B, sage ich jetzt mal, oder sie sind sehr fixiert auf einen Lehrberuf und vergessen dann, dass es noch verwandte Berufe gibt oder alternative Prüfe, oder ich meine, bei über 250 Prüfe, dass es vielleicht noch ganz andere Prüfe gibt, die zu einem passen könnten. Das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprechen tust. Ich glaube, vor allem wir jetzt von Justi versuchen, da sehr gut zu helfen oder vor allem, ich sage jetzt mal, den Horizont zu erweitern. Es kann ja durchaus sein, dass die Jugendlichen sehr gut schnuppern können, in der ersten, zweiten, zweiten, Oberstufe. Sie können sehr genau dort selektionieren, hey, mal, der Prüf passt super zu mir oder mit unserem Tool den Berufsfeindern, dass sie dort schon sehen, hey, ich habe mich gut festlegen auf dem Beruf, ich bleibe auf dem, das ist meine Leidenschaft, dem möchte ich nachgehen und den Beruf möchte ich ausüben. Mir ist schon einfach auch wichtig, um zu sagen, es gibt verschiedene Wege, wie man zum Traumberuf kommt und wie auch schon gesagt, es gibt so oft verwandte Berufe oder ähnliche Berufe, dass wenn man zum Beispiel nicht gerade den absoluten Wunschberuf sozusagen findet, dass man auch über andere Wege zu dem immer nachgehen kann. Aber das ist oftmals auch am Umfeld vielleicht zu wenig bewusst oder vor allem auch natürlich den Jugendlichen sowieso. Da ist auch wichtig, dass wir ihnen helfen können, den Horizont möglichst offen zu behalten. Und wie du sagst, es gibt eigentlich verschiedene Wege und vielleicht kann man auch nicht alles an den Zahlen aufhängen, aber ich glaube, was sicher auch wichtig ist, oder gerade mir in der täglichen Arbeit jetzt bei Justi probieren ja immer auch die Feedbacks von den Firmen zu hören und auch ihnen zu helfen, was ja spannend ist und das sagen jetzt auch schon seit Jahren immer mehr Firmen und Branchen, hey, wir haben immer schlechte Bewerbungen oder immer schlechte Deutschkenntnisse oder immer schlechte verschiedene Skills, die früher viel besser gewesen sind. Und dann frage ich mich wirklich so ein bisschen, also erwartet die Firma einfach zu viel oder nimmt wirklich einfach manchmal in der Schule die Leistung ab und werden sie zu wenig gefördert, oder? Was ist das Problem? Ja, also man vergisst oftmals, sich auch in die Jugendlichen zu versetzen. Ich meine, heutzutage wird viel mehr von Jugendlichen verlangt, viel mehr Fächer in der Schule, viel mehr, wo sie lernen müssen, der Druck ist enorm hoch, viel Ablenkung aber auch, man kann viel mehr in der Freizeit natürlich machen, es ist alles viel zugänglicher, vor allem aber auch ist der Druck natürlich viel höher in Kombination mit Social Media, mit den Influencerinnen, mit den Idealbildern, die vermittelt werden. Und ich glaube, das ist für Jugendliche nicht einfach, da einen Weg zu finden, wo man das Gefühl hat, man genügt, deswegen jetzt als einem selber, aber auch im Umfeld, weil der Druck irgendwie so hoch ist und das sind Punkte, wo man sich auch vergessen tut. Plus natürlich, das sind Jugendliche, die sich bewerben, das sind Jugendliche, die zumindest in der Pubertät sind, sie haben noch keine Ahnung von der Arbeitswelt, sie sind einfach abgelenkt von so vielen anderen Sachen und jetzt kommt etwas so extrem Neues wie die Karriere, die sie jetzt anstreben müssen und ich glaube, das tut sehr viele Jugendliche verunsichert und hat sich auch Einfluss mit, ja, auf die Leistung, das würde ich jetzt sagen, bei allen, aber kann bei den Einten sicher durchaus einen Einfluss haben. Okay, also es ist sicher eine grosse Challenge gerade in diesem Alter und ich glaube, falls wir das nicht vergessen, ich hätte jetzt persönlich in der Schule, in der Sekunde, mega viel Unterstützung in der Schule, aber auch von den Eltern und ich glaube, viele haben auch nicht diese Voraussetzungen oder wir haben ja zum Beispiel auch Thema Lehrvertragsauflösung schon vollgemacht mit Jobcaddy, die Jugendliche begleitet, wo wir einfach wissen, es haben nicht alle so super Voraussetzungen und ich glaube, dass einem das auch bewusst ist und die Frage ist ja wirklich, weil jemand ist bereit auch zu machen und hat vielleicht auch am Anfang noch nicht die beste schulische Not, aber kann sich entwickeln. Ja, vielleicht noch schnell eine letzte Frage zum ersten Mal, vielleicht gerade nochmal an dich, spannend auch mit deinem ganzen Background als Lehrerin. Wir haben jetzt gerade Gymnasium, wenn man die jetzt alle anschauen, das ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, mega dramatisch, aber es sind doch über die letzten Jahre ein paar Prozent, wo der Trend Richtung Gymnasium zugenommen hat. Allgemein, manchmal spricht man ein bisschen von Akademisierung und so, jetzt auf anderer Ebene noch, aber die Frage ist gleich ein bisschen, wie steht es so ein bisschen um die Zukunft von der Berufsbildung, ist es auch eine Gefahr, ist es eine Gefahr, dass immer mehr auch ins Gymnasium gehen? Schaffen wir es vielleicht manchmal nicht mehr den Weg, Lehr Berufsbildung schmackhaft zu machen oder wie siehst du das? Ich würde das nicht ganz so dramatisieren, wie das oftmals auch in den Medien hochgepustet wird, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn man mal generell die Fakten anschauen wird, dann ist das vor allem in der Deutschschweiz, die Brüsseler enorm stabil mit gut 60 Prozent, die jeweils mit der Brüsseler startet und wir haben zum Beispiel jetzt in dem Jahr rund 2'000 Jugendliche mehr als im letzten Jahr, als die Brüsseler gestartet haben. Natürlich, wie du auch bereits angesprochen hast, hat es auch mit der Demografie zu tun. Ich glaube, man muss vor allem auch sehen, dass in der latinischen Schweiz, also in der Westschweiz und in der italienischen Schweiz, vor allem das Gymnasium oder weiterführende Schulen einiges höher dotiert sind, sind vor allem beeinflusst auch von ihren Nachbarländern logischerweise auch. Und ja, darum ist der Wert generell jetzt gesamtschweizerisch betrachtet, nämlich so, dass das Gymnasium auch ein bisschen tendenziell steigen zu tun. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, man sollte nicht das Gymnasium gegen Brüsseler sozusagen in einen Kampf schicken. Wenn man eine jugendliche Person ist, die sehr gerne schulisch unterwegs ist, dann ist das sicher der richtige Weg. Wer aber in einem anderen Kontext sich weiterentwickeln und bereits auch arbeiten möchte und in die Arbeitswelt eintauchen möchte, ist ganz klar Berufslehr ein super Einstieg. Oftmals geht aber auch vergessen, logischerweise, dass man mit der BM zum Beispiel während oder nach der Lehrerin super Chance hat oder die gleiche Chance hat sozusagen, wie über das Gymnasium absolviert hat und sich eine Fachhochschule etc. kann weiterbilden. Es gibt über Passerelle kann man die Universitäten gehen, die ETH etc. Du hast gesagt, das finde ich noch spannend, man soll das Gymnasium auch nicht gegen Berufslehr ausspielen und ich denke, das betrifft dann auch beide Seiten. Und gleich, was wir ja auch wollen oder was ja auch der Sinn und Gedanke ist von dem Podcast, dass wir genau den Lehrbetrieben und auch den Branchen und Verbänden können helfen, die eben die Lehre und auch Berufsbildung Möglichkeiten geben auch für die Entwicklung. Darum auch nochmal zu dieser Ausgangslage kommen. Man sieht ja auch wieder oft inzwischen in den Medien, es gibt immer innovativere Lösungen, es gibt inzwischen CEOs von Firmen, die Tanzvideos machen auf TikTok, es gibt inzwischen Apps wie Jobshots, die plötzlich kommen und mega in den Medien Wellen machen. Und ich möchte heute auch jetzt nicht über alle, es sind auch viele Sachen in Berechtigung, aber ich glaube, ich möchte vor allem zum Ursprung auch von Problemen gehen, wir haben jetzt eine Lehrstelle mehr da gesprochen und das, wo ich glaube, ist der Ursprung, was wir jetzt aus unserer Community hören, von allen Branchen, von allen Lehrbetrieben in der Schweiz, sind immer die wesentlichen Sachen wie die Rekrutierung wird immer schwerer, wir spüren das mega, wir haben fehlende Bewerbungen, es kommen einfach zu wenig Bewerbungen oder eben schlussendlich auch zu wenig passende, das ist auch ein mega Thema und darum vielleicht möchte ich jetzt in dem Teil auch auf die drei zentralen Fragen gehen. Wir haben immer noch das Thema, wie können wir die Jugendlichen begeistern und die Frage, die die Firma vor allem stellt, ist auch, wo finde ich dann die passenden Lernenden, wie muss ich mich dann als Firma präsentieren und gerade auch so ein bisschen, was muss ich für Werte vom Beruf her vermitteln und dann vor allem mit dem Zusammenhang, was ist denn entscheidend auch bei der Online-Ausschreibung und ich sage jetzt schon Online-Ausschreibung, weil wir wissen, Online-Ausschreibung ist entscheidend, also die Ausschreibung auf Papier oder in der Zeitung hat eh ausgedient, oder? Aber darum vielleicht so ein bisschen zu mir gesagt, das war vor 50 Jahren eigentlich, wir machen das Portal, um genau die Fragen zu beantworten, oder was, wie würdest du sagen? Das sind ja die Hauptfragen, die sich auch Urs dazumals gestellt hat oder wo er die Idee von Justine da geschrieben hat. Seine Inspiration ist schon immer so gewesen, zum Beispiel Booking.com oder Autoscout. Oftmals vergisst man selber, wo geht man überhaupt Sachen suchen. Da können auch wir Eltern uns sozusagen ja, dann nehmen es im Sinne von hey, ja logisch, ich kann ins Internet schauen, für mich ist es wichtig, dass ich alles an einem Ort habe, für mich ist es wichtig, dass ich einen Einblick bekomme, ein Hotel mit nicht guten Fotos oder mit Fotos, wo ich viel zu wenig einen Einblick bekomme, wo ich zum Beispiel das Zimmer nicht mal sehe, ist unattraktiv, das Hotel brauche ich nicht und ich glaube genau das ist auch das, was die Jugendlichen suchen, sie suchen einen Ort, wo sie die Informationen bekommen, wo es so aufbereitet ist, wie sie es auch verstehen. Sie brauchen Fotos, Videos, wir reden ja immer über diese Influencer, das kann man mit der eigenen Firma präsentieren, wer ist im Team, mit wem bin ich in der Lehre, wer ist meine Chefin oder mein Berufsbildender und wenn man das schon mal digital abbilden kann, dann ist schon eine sehr grosse Vertrauensebene geschaffen bei den Jugendlichen. Wenn man dann auch noch Tools nutzt oder die Sprache sozusagen auch anwendet, wo die Jugendlichen sprechen tun, dann hat man sowieso schon sehr viel gewonnen. also das heisst, wenn man nicht versucht, mit einem riesen Hochglanz-Kampagnen rauszupitzeln, bis zum Gehtnichtmehr, sondern sehr authentisch, auch mal einen Fehler zum Beispiel drinnen oder ja, auch Humor zeigen tut, aber vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist, dass Authentizität mit abbilden tut, dann spricht man die Jugendlichen an. Man kann dann noch mit Zusatz kommen, was macht man mit dem Team zum Beispiel noch, was für Benefits hat man, macht man Ausflüge, aber ich glaube, vor allem Sinnhaftigkeit können aufzeigen, was macht man wirklich in dem Beruf oder was macht man mit dieser Firma, was für einen Dienst leistet man, was tut man erstellen, was tut man für ein Handwerk ausüben, was für einen Nutzen bietet man. Und wenn man das aufzeigen kann und eben auf Augenhöhe, dann hat man viel richtig gemacht. Vielleicht nehmen wir schon zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, du hast Booking.com erwähnt, ich glaube, es ist unbestritten, dass man das Hotel auf Booking.com sucht oder ein ähnlicher Portal, du hast Autoscout angesprochen und das heisst, das, was Justic gemacht hat oder wir auch gesagt haben vor 10-15 Jahren, ist eigentlich genau, hey, wir müssen das einfach eins zu eins anwenden auf Berufswahl oder wie? Ganz genau, es ist sozusagen ein Online-Schnuppern im Fokus gewesen, dass die Jugendlichen einen Ort finden, wo sie nicht nur auf ihren Adressen haben, sondern einen Ort finden, wo sie ohne allzu grossen Aufwand all die Informationen finden, die sie brauchen, um zu sagen, hey, mal bei dieser Firma will ich schnuppern, mal bei dieser Firma möchte ich eine Lehre machen oder eine Lehre starten. Unterdessen sind wir natürlich viel grösser, nicht nur einfach sozusagen ein Lehrstellen-Marktplatz, sondern bieten noch viel mehr Tools an, weil wir gemerkt haben, zum einen müssen die Jugendlichen wissen, was passt überhaupt zu ihnen, welche Berufe passen zu ihnen, dann vor allem aber auch, zu welcher Firma ich möchte und wo möchte ich meine ersten Karriere-Steps starten. und unterdessen sind wir ein sehr grosses Profiswahlportal mit jensten Möglichkeiten und Funktionen, wo die jugendlichen aber auch die Lehrbetriebe unterstützt, dass sie den Land finden und dass die Passung, die wir schon angesprochen haben, dass das gesteigert werden kann, dass sie noch besser den Land finden können. Wenn du die Passung ansprichst, und eben, es hat sich ja auch einiges verändert, nur schon wenn ich Social Media anschaue, was ist das Wichtigste, was sich verändert hat, oder wie würdest du sagen, aktuell, was ist der grösste Trend, wo Justy auch probiert anzuwenden, sei es jetzt auf den Bereich Video, Foto oder sonstige Sachen, du hast Sinnhaftigkeit angesprochen, ein Thema, wo man auch viel gehört in anderen Zusammenhängen, vielleicht auch in politischen Zusammenhängen, sind das Sachen, die man wie laufen muss anpassen, man kann ja nicht stehen bleiben, gerade als Online-Portal, oder? Die Änderungen, die es gibt auf dem Markt, die sind enorm, das geht so schnell, unterdessen, wo TikTok kam, ist, hat das so viel Einfluss gehabt, Videos werden immer kürzer, Hochformat zum Beispiel ist immer wichtiger, wir haben darum auch das Format bei uns mit integriert, wie zum Beispiel das Insider-Video, wo zum einen die Berufsbildenden, aber auch die Lernenden kurz und bündig können sozusagen einen Einblick geben, wieso machen sie die Lehrer, was finden sie lässig an dieser Lehre, oder warum bilden sie aus, was ist für sie wichtig in der Bildung bei ihnen im Betrieb, und ich glaube, das sind Trends, die enorm wichtig sind, wo man darauf aufspringen sollte und mit der Zeit auch gehen, weil das ist das, was die Jugendlichen momentan konsumieren in ihrer Freizeit, das ist definitiv die Tatsache und wenn man das mit abbilden und die Jugendlichen abholen kann, auf einem Portal umso besser. Du hast es eben gesagt, auf den Trend aufspringen und ich glaube, wenn wir gerade vielleicht auch noch auf das Thema Video gehen, da ist ja auch immer die Frage, du hast vorhin von Authentizität gesprochen, jetzt hat vielleicht nicht jede Firma auch das gleiche Budget oder nicht die gleiche Marketingabteilung, wie kommt man trotzdem zu einem Video, vielleicht auch mit einem Aufwandertrag in einem guten Rahmen? Ich glaube, das Erste, was man ablegen muss, ist die Angst vor dem Video, sage ich jetzt mal, weil unterdessen hat ja jeder von uns einigermassen ein super Smartphone, der sensationelle Videos überhaupt schon erstellen kann. Und wir von uns bieten zum Beispiel Leitfaden an, wie man selber so ein Video kann erstellen. Wir bieten auch an, dass wir die Videos selber schneiden, wie man das selber nicht kann. Wir haben ja Inhouse-Media-Produktion. und ich glaube, so Sachen, das ist wichtig, dass man die Hürden nimmt, die Angst auch nimmt, aber auch, dass man auch die Lernenden lassen lassen. Viele Lernende können das selber schon, die können schon Videos schneiden, in der App selber etc. Mal mit den Lernenden darüber reden, ob sie Lust haben, so etwas zu machen, ob sie Lust haben oder die Fähigkeit haben, das zu schneiden zum Beispiel oder dann eben auf Hilfe zurückgreifen, wo zum Beispiel wir von Justi auch anbieten tun. Und einmal ausprobieren, einmal reinkommen, Fehler kann man immer machen, verbessern kann man sich sowieso immer stetig. Ich glaube, die Jugend verzeiht einem das sowieso, wenn es das perfekteste Video ist. Du hast ja auch die Sinnhaftigkeit angesprochen. Ich glaube, das ist auch etwas Spannendes, das man auch gut in Videos zeigen kann. Wir wissen ja eigentlich, ziemlich jeder Lehrberuf hat irgendwo eine Sinnhaftigkeit, die man auch besser zeigen muss. Aber was vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch spannend ist und das ist auch etwas Motivierendes, was wir wissen, gerade für junge Menschen, sind die ganzen Karriere oder Perspektive. Was siehst du da als Lösung? Und ich glaube, das ist auch etwas, wir haben vorhin gesagt, Trend, Gymnasium und Lehre, um nicht gegeneinander ausspielen. Aber ja, die Frage ist ja auch, wie schafft man es, dass der Weg mit der Lehre auch ein besseres Image bekommt? Dass man auch checkt, man kommt mit dem auch weit, dorthin, wo man halt will. viel, oder? Es gibt doch den Spruch «Tue Gutes und sprich darüber». Ich meine, es gibt so viele Firmenchefe oder Firmenchefinnen, die mit einer Lehre gestartet sind oder Personen, die eine Lehre gemacht haben und jetzt enorm erfolgreich sind. Und das vergisst man häufig, also der Stolz vom Anfang, vom Beruf oder wie man in die Karriere gestartet ist, dass man das auch zeigen tut, dass man das auch abbildet tut. Zum Beispiel der Sergejah Mati, CEO der UBS, ist mit der Lehre sozusagen in seine Grosskarriere gestartet, viele weitere natürlich auch. Zum Beispiel gerade stark in den Medien ist ja Belle, die jetzt gerade gestern in den Medien war mit dem Lohn etc. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir den Stolz vom Beruf oder vom Handwerker oder dem, was wir erlernt haben, gegen aussen auch zeigen tun. Ich glaube, vielfach auch in unserem Umfeld, wenn wir mit den Kindern reden tun, wir sagen, was wir jetzt machen, aber wir sagen selten, mit welches wir gestartet sind. Und dabei ist das enorm wichtig, dass wir das auch sagen tun, dass man sagt, hey, also mein Papa hat immer gesagt, schau, ich habe einen Detailhandelsjahr gemacht und das ist das Beste gewesen, was ich je gemacht habe, weil ich habe so gelernt, vor Leuten zu stehen, ich habe so gelernt, mit Leuten zu reden, auch wenn Leute zum Beispiel einen schlechten Tag hatten, habe ich so versucht, das Beste zu verkaufen. Das ist der beste Start gewesen und das ist oft etwas, das vergessen geht, wo man aber unbedingt auch darauf zurück sollte gehen und das soll zeigen, eben, was man alles gelernt hat in der Lehre oder was das gebracht hat. Und das kann man zeigen in Videos, also wenn man zum Beispiel Bauführer ist, mit was hat man gestartet, mit einer Maurerlehre zum Beispiel, was hat man für Weiterbildungen gemacht, wenn man das aufzeigen tut, die Karrierevideos, das ist enorm hilfreich und wertvoll. Und eben, du hast ja sehr schön den Motto angesprochen, der wahrscheinlich kann man schon sagen, der bekannteste CEO ist, der jetzt eine Lehre gemacht hat, aber ich glaube, was ja spannend ist, egal ob du den Bau angesprochen hast, ob Polymechaniker oder auch in der Gesundheitsbranche, ich glaube, da gibt es so viele Karrieren, so viele Wege, wo einfach viel zu wenig erzählt werden und die Medien natürlich machen auch ihren Job und zeigen halt auch irgendwo dann auch die Schattenseite oder auch schreiben Schlagzeile, die dann nicht immer dienen, oder? Absolut, absolut und darum ist glaube ich umso wichtiger, dass man auch die sogenannten Erfolgsstories noch mehr teilen, noch präsenter hat, dass man die schönen Geschichten aufzeigen tut. Ich glaube zum Beispiel Swiss Skills macht das schon extrem gut und ist auch enorm positiv diesbezüglich. In den Medien zeigt das Image auch, wie wertvoll unsere Berufsbildung ist, wie erfolgreich unsere Berufsbildung ist, wenn man sieht auch, wie viel das jetzt an den Euroskills zum Beispiel wir Medaillen geholt haben oder den Worldskills, also unser Wissen, das wir haben oder unsere Innovationsfähigkeit in der Schweiz selber, wir sind nach wie vor Nummer 1, jetzt gerade frisch auch in den Medien wieder gewesen, das verdanken wir unter anderem auch unseren Berufslehrern. Gut, also ich halte fest, mehr Geschichten erzählen, auch mehr irgendwo den Stolz zeigen und ich glaube mit Themen wie Sinnhaftigkeit und Video, was du gesagt hast, ist natürlich zentral und ich glaube, das ist auch etwas, wenn man sich auch wieder in die Jugendlichen versetzt und weiss und wir wissen ja auch, sie sind mehrere Stunden am Tag online, aber ist nicht immer negativ, also man kann es in der Zeit so sinnvoll verbringen mit Videos zu den Berufslehrern, Videos zum Kochen etc., also da gibt es sehr viele Wege. Vielleicht auch nochmal kurz zusammengefasst, wenn ich jetzt sage, in diesen zehn Jahren, du hast jetzt gesagt, du hast angefangen mit Praktikum, auch schon vor Justi, bist schon in der Berufsbildung, bist immer näher gekommen, hast immer mehr über das System gelernt. Wenn du es nochmal so schaust, jetzt über die letzten 15 Jahre, was hat sich grundlegend verändert? Hast du irgendein Learning gehabt, wo du gesagt hast, hey, oder so ein Aha-Effekt zum ganzen Berufsbildungssystem, wo du gesagt hast, hey, das fehlt uns noch, oder eben, da haben wir noch ein Riesenpotenzial, oder hat es irgendeinen so einen Gedanken, oder so einen Moment gegeben, oder vielleicht auch ganz viele Momente, ich weiss nicht. Ich war 2014 in SwissKills, das war sozusagen in meinem zweiten Jahr bei Justi gewesen, und habe dort erst einmal so ein bisschen diese Talente gesehen, schaffen, was sie gemacht haben, was sie geleistet haben, und da habe ich zuerst einmal so richtig Hühnerhaut gehabt, weil ich gesehen habe, boah, krass, das sind so junge Menschen, die so geniale Sachen können herstellen, produzieren, erschaffen, in so kurzer Zeit, Schule, sage ich jetzt mal, ich schaue jetzt die Berufslehre als eine Schule, wo man etwas lehren tut, und das werde ich glaube ich nie vergessen, den Moment, es ist wie so Schuppen auf die Augen gefallen, boah, das ist genial, das ist, da möchte ich weiter arbeiten können, dass die Jugendlichen einen Ort finden, wo sie ihre Talente so entfalten können, wo sie zu so, ja, gute Fachkräfte werden, und motivierte Fachkräfte, und, ja, darum möchte ich auch immer an dieser Schnittstelle arbeiten, von dem perfekten Match, ich glaube, wenn ein Mensch einen Ort findet, wo er sich entfalten kann, ein gutes Umfeld hat, und dann noch eine Arbeit hat, wo er mag, oder wo sie mag, dann ist man am richtigen Ort, dann kann man magische Sachen erschaffen, und so viel Glück auch in Menschen auslösen, das finde ich genial. Das heisst, du hast eigentlich diese Begeisterung auch gefunden, für die Sache, oder die Begeisterung, die wir ja auch zum einen Justi, aber auch Firmen und Branchen wollen vermitteln, für sich. Ich habe noch zum Schluss zwei Fragen, die mich mega wundernehmen, du hast heute schon sehr viele spannende Sachen angesprochen, auch noch einmal, Medien haben wir heute auch schon gehabt, man gehört ja schon auch viel Negatives oder negative Schlagzeile auch zu der Generation Z, oder allgemein zu der jungen Generation, das heisst, Arbeitsscheue, sagen mega fordernd, sagen egoistisch, etc., aber wieso glaubst du, oder was sind für dich die Hauptgründe, dass du sagst, hey, egal was man auch manchmal gehört und lässt, oder vielleicht auch für Erfahrungen macht, was sind Gründe, dass man sich trotzdem freuen kann und sagen, hey, die Jungen, die jetzt kommen in den Arbeitsmarkt und die ich auch ausbilden könnte, das ist ein echter Gewinn für die Firma und auch für die Gesellschaft. Generation Z oder Alpha, die werden in einem sehr spannenden Umfeld gross, sie sind definitiv komplett digitalisiert, sage ich jetzt einmal, sie haben auf jeden Fall die Fähigkeiten schon viel mehr drin, ich habe gerade auf dem Event Fokus Berufsbildungen junge Lernende kennenlernen, wo die ChatGTP definitiv schon im Alltag nutzen tut und ich glaube, wir können so viel lernen, unter anderem, wenn wir Respekt oder Angst vor Tools haben, wo sie einem schon die Hemmungen nehmen können, dann spürt man aber auch, was für ein Selbstbewusstsein das hat, also jedenfalls viel einfacher, sich auszurücken oder ja, können anstehen und etwas sagen, natürlich, das ist nicht bei allen so, aber ich glaube, bei sehr vielen, weil sie ja, mit der Social Media Welt schon gross worden sind, einfach anstauschen, Video machen, etc. Ich glaube, das sind spannende Fähigkeiten, die sie haben, die ich definitiv nicht hatte, wo ich viel mehr Hemmungen gehabt habe, dass ich etwas kaputt machen kann, sagen Sie das am Computer oder wo auch immer, und ich glaube, wenn man offen bleibt und die Freude gehalten hat, mit den Jungen zusammen zu arbeiten und von ihnen auch zu lernen und man sozusagen miteinander sich weiterbilden möchte, dann stehen da gar keine Sache im Weg, um miteinander sozusagen, ja, die jungen Menschen zu integrieren in den Arbeitsmarkt. Gut, und vielleicht noch meine andere Frage, und auch da erhoffe ich mir noch etwas Positives, weil auch da hat man oft das Gefühl, ja, ich habe das auch schon in Events erlebt, gerade im Handwerk, das heisst, hey, es will sich doch eh niemand mit der Hand dreckig machen, oder ja, die Eltern sagen, die Kinder eh alle, sie sollen ins Gymnasium, also ich hätte zwar mega Arbeit und die Firma läuft gut, aber, ja, es ist echt schwierig im Handwerk, und das hören wir viel, oder? Was sagst du denen, wieso gibt es noch Hoffnung auch für diese Branche und diese Berufsgattungen? Genau, man vergisst oftmals darüber reden, wie wichtig das überhaupt ist, dass es die Person oder die Menschen gibt, die einen Handwerk ausüben tun, ich meine, man hat hier einen wunderschönen Holztisch, den einen Schreiner gemacht hat, man soll das auch positiv konnotieren und nicht immer mit dem dreckigen Händen kommen, natürlich werden die Händen dreckig, wenn man einen Holztisch hobeln tut, soll aber auch so sein, ist ja auch etwas enorm Schönes, und ich glaube, die positive Konnotierung zum einen von den Erwachsenen, gegenüber den Kindern weitergeben können, ist es sicher etwas enorm Wichtiges, dann aber vor allem auch bei den Firmen selber können aufzeigen, wie toll das ist, was man leistet tut, und viele Firmen machen das unterdessen auch bereits, aber da kann man sicher noch sehr viel mehr daran arbeiten, um den stolz, den Berufsstolz, wie wir schon vorhin besprochen haben, zu zeigen, und können auch sagen, hey, so cool, heute habe ich ein Dach schindeln können, zum Beispiel, wie lässig ist das, könnte ich niemals, da bin ich enorm beeindruckt davon. Und eben sind wir ja alle mega darauf angewiesen, egal ob wir jetzt im Büro arbeiten oder wo auch immer. Absolut 100 Prozent, und vor allem auch, wenn man jetzt schaut, bei den Einflüssen heutzutage, die wir haben, von Klima, Umwelt etc., wird das Handwerk umso wichtiger. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein relativ gutes Schlusswort auch schon. Ich glaube, den Stolz, den du jetzt angesprochen hast, den ich auch gespürt heute in deiner Geschichte, oder deine Geschichte, denke ich, ist auch ein gutes Beispiel, wie man so einen Weg kann machen, jetzt eben von dir eigentlich eher vom akademischen Background, nachher in diesen Bereichen auch mit der Berufsbildung, und so gibt es ja auf allen Seiten mega viele Wege, und ich glaube, das muss ja eigentlich immer auch wieder unsere Botschaft sein, gerade das Berufsbildungssystem, das so durchlässig ist, wo man mal anfangen kann, sich dann weiterzubilden, ohne Job, oder auch in anderen Wegen, und ja, darum möchte ich vielleicht auch, wenn wir nochmal auf das Berufsbildungssystem, oder auf die Berufsbildung allgemein gehen, so ein bisschen, wirklich die letzte Frage heute an dich, Domenica, was ist dein persönlich grösster Wunsch für die Zukunft der Berufsbildung? Mein persönlicher Wunsch ist, mehr Innovation, sage ich jetzt mal, vor allem aber auch mehr Zufriedenheit, oder ja, ich glaube, das wäre etwas enormes Schönes, wenn wir an den perfekten Match schaffen. Domenica, danke vielmals für das Gespräch, für deine Abschlussworte und auch allgemein für deine inspirierenden Eindrücke, danke. Feedback oder Themenideen, egal aus welcher Branche und egal was für Ideen, jederzeit gerne auch omark.brutscher.justi.ch Besten Dank. Ja, und das heisst, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Inside Berufsbildung.